die aus klinik rechtlich gut Kuhl wir haben und ist noch ein paar und die Türen gehen auf JT was hat er gelb-rot machen er so für rot ist er nicht da, das kann man später ja immer austauschen unterschiedlich ein gelb, ein rot, ein gelb, ein rot ja, das haben wir noch nicht aber süß wenn es so man geht vom Haus Kürz A A ich bin ein Idiot so so vielleicht der ist ganz klar und so sind denn da so viele Bäumstärme dazwischen hier das sind echt ineinander voll verwachsen die Bäume das ist was du vorhin gesagt ne? so genau und dann müssen wir jetzt das hier wollen wir das schaufeln und da kommt eigentlich ein Kies rein rein jawoll genau so soll es sein, schaut cool aus so 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 dann noch mit der Erde so so schön erst mal so Drei, vier, Scheiße. Da müssen wir noch welche. Da machen wir das Holz weg, ganz ehrlich. Bleiben die Blätter dann stehen oder gehen die auch irgendwann weg? Die gehen dann auch irgendwann weg. Das wird mal auf... Jetzt machen wir schon Haargeld an Hälfte schnell. Also, du hast welche gemacht gehabt, gell, Hacken? Sind welche drin? Ja, die habe ich alle braucht zu, gell. Ah, okay. Und keine Steine da? Das heißt, Holzachst, ah, naja, geht schon vor. Ja, die ganze Zeit, Scherzi, habe ich Holzachst. Ja, ihr müsst jetzt mal schauen, dass man... Da mal was kriegen, so. So, dann schauen wir mal. Oh mein Gott. Ja, genau. Warum hast du das überhaupt so dicht zueinander gestellt, die Bäume? Ist doch logisch, dass die irgendwann so zusammenwachsen. So, dann schauen wir mal. Gut, da haben wir jetzt nichts mehr, so wie es aussieht. Können wir da gleich mal die Erde wieder weg machen? Hm, das ist schon wieder langsam, danke. Ja. 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 Ja, abgestürzt. Ja, das war auch schnell. Ja, jetzt geht es auch ins Bettchen. Schätzchen ins Bettchen. Es wird Nächdchen. Backe Brot, hast du den Erfolg gekriegt. So, aber dann sind wir eh schon am Ende, Schatz. Jetzt haben wir wieder drei, vier Folgen vorgedreht. Das reicht erst mal. Ja, wir bedanken uns hier nochmal fürs Zuschauen. Aber warte mal, Schatz, eins musst du noch anschauen. Ja. Mit dem Kiesweg da jetzt. Schatz, aber ich muss da jetzt schon noch schnell das wegmachen, bevor wir wieder reinkommen. Nein, Schatz, wir haben jetzt die Zeit erreicht. Ah, dann wächst es wieder nach, dann war alles im Sohn. Nein, das wächst nicht nach, weil das Software ausgeschalten wird. Okay. So. Oh, Schatz, wo hast du die Sonnenblumen hier? Die habe ich gefunden, in der Sonne. Nein, da drüben, auf der, da drüben waren die. Wir möchten ja mehr holen, dann fällt da ein bisschen an der Front oder vielleicht komplett außen rum, ich weiß es nicht. Ja, cool. Genau, so. Also gut, ja, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.